Militärräder, wir gehen hier nicht da, wir gehen auf den Auto und dann fahren wir auf die Auge hoch. Ja, lass schon was. Sagt, sagt, gibt Anwand raus. Ja, ja, mach her, mach her. Drückt auch einen, mein Mann. Was ist ja? Alter. Hier ist einer bei mir auf jeden Fall. Ich ziehe nach rechts ab, die gehen für Gatka oder so. Gatka, bleh. 1, 2, 3, die haben Fallschirm schon auf, über uns oder über mir. Ja, die wollen weit fliegen wahrscheinlich. Fliegen direkt, die Auge, glaube ich. Da ist ein UAZ, ich gehe an die Straße, ich sage mal, ich kann alle einen. Da ist die UAZ. Kaputt oder? Ach, da hinten. Geht auf, ein Boot direkt links von uns, Matsch. Auto schneller als Boot. Ja. Ja, ich weiß. Nein. Was? Was denn? Nix. Nix, nix. Ja, ja, komm, was hast du gefunden? Schalldämpfer. Ist zu dem 16. Ja, ich sage auch nur, ich habe direkt mit ihm gefunden. Wow. Wenn ihr nicht fertig seid, wenn wir rauskommen. Ja. Ach, das ist die ganze Zeit. Ich dachte auch, dann. Da sind 100 Brusche welche, die das auch gemacht haben, könnte das schon sein. Aber ich weiß nicht, die fliegen noch mit vierten Fakten mal. Aber die fliegen da, ne? Hier, die fliegen da noch, guck mal, umrecht. Ja, ich bin auch immer dankbar, wenn so nette Leute wie du im Stream dabei sind, auf jeden Fall. Das ist super cool, wenn man sich so chillig mit den Leuten unterhalten kann. Was hast du denn für eins Problem? Ich bin echt ohne Beut zu sehen. Ja, cool. Nico, Nico. Da fährt einer vor uns. Vor uns auf der Straßenmotorrad. Really? Ja. Wenn du da ein bisschen... Oh, warte. Oh, der ist nicht schneller. Oh, der ist schneller als hier. Ja, ich weiß. Kann ich jetzt wieder ran kommen. Wohin, wenn ich den Freie Schuss haben kann, kann ich nicht. Ah, naja, zum Beispiel. Oh, ich hatte Waffe, ne? Wie sagt, bei dem raus? Mhm. Da würde ich auch finden, wo die rausgehen. Was sind die denn? Was sind die denn? Wo sind die Sachen? Wo? Ich bin nicht durch. Also zu Giorgo sind wir anscheinend nicht gefahren. Nee. Verdacht, der hat auch zwei. LOL! Oh, das Motorrad, ey. Motorrad, Buggy, aber der Motorradfahrer hat sich fast selber gekümmt. Ja, Mann. Fahr so weit, fahr so weit. WTF? Einen haben wir. Okay. Der Armut ist hier links in der Halle. Irgendwie hat er wieder genockt. Der ist nicht so offenmäßig. Aber der war alleine, ne? Der auf Motorrad war alleine, ja. Und Buggy könnte auch alleine gewesen sein. Da kommt noch einer. Wo? Hör dir. Ja. Der will bestimmt einen von uns überfahren. Pass auf, Leute. Was geht denn ab, ey? Der hält hier hinten bei den Hallen. Ja. Ich hab noch zehn Schuss, Alter. Ich hab gar nichts. Pass auf, Granaten da hinten. Bei den Schusswagen. Okay. Kannst hin? Oh mein Gott, ich bin genockt. Oh mein Gott. Ah. Oh nein. Komm her, komm rüber, komm. George! George! Ich wollte dich nicht vor dir. Sonst wollte ich auf ihn schießen. Der wollte er weg. Okay, ist weiter tot. Ich wollte nicht auf dich schießen, Junge. Weil der war auch gebückt. Wow. Du verstehst das nicht, oder? Wir waren beide fast noch selber über. Ich war Eis. Ich lege mich jetzt in meinem Bett. Vielleicht besser, ja. Ich lege in meinem Bett. Wow. Wow. Spring da hoch jetzt. Ich hab mich selten so im Stich gelassen gefühlt. Du hast nicht oft mit uns gezockt, oder? Also mit Jones und mir. Wow, hier ist keine Waffe, ey. Ich hab einfach gedacht. Ich bin direkt von Jones. Nee, du bist direkt gekommen, ja. Ich gucke mir mein Dreh aus. Direkt gekommen, Alter. Das ist die letzte Runde, Wolfskönig. Und da kommt einfach keine Chance. Dann sind wir raus. Was hast du denn für ein Problem? Ja. Für eins Problem. Ich wollte dich nicht mit nem Querschläger umgehen. Sonst. Aber mein lassen wollte ich dich auch nicht. Nein. Der stand direkt vor ihm. Ich hab gezielt, aber ich hab auch direkt Matschi im Dingsvisier gehabt. Ich hab gezielt. Der war dann, nee, macht das nicht. Endlich. Keiner, Alter. Der hat ne grüne Muni. Ich hab mich schon so gefreut, ey. Oh, Boys. Hält nicht viel Ohren. Oh, Boys, ey. Nächstes Mal schieß ich einfach, Alter. Und wenn ich dich mit umbringe, dann ist das so. Hast du es zumindest versucht. Dann wirst du aber wieder geflamed, ey. Ja. Werd ich eh geflamed. Geflamed wieder so oder so? Oh, ich kann sagen. Das macht jetzt kein Unterglied. Oh, ich bin der glückeste Menschen behaupt. Ja, ich bin auch der glückeste Menschen behaupt. Weil du jetzt nicht mehr mit uns zocken musst. Du musst dir das ganze Spektakel ja nur angucken. Oh, Mann. Warum immer ich, Alter. Sag dich lieber, was würde Jesus tun? Das ist ne gute Frage eigentlich. Ein fucking Blitz auf Jones schicken. Nee, er würde mir verzeihen. Ich glaube nicht. Gott verzeih ich ja viel jetzt. Aber sowas, ey. Alter. Wenn ich schieße, werde ich geflamed. Wenn ich nicht schieße, werde ich geflamed. Oh nein, echt jetzt? Alter. Das ist von Neisigkeit her nicht so toll. Also, das ist ärgerlich. Wahrscheinlich. Da würde ich komplett ausrasten, ey. Willst extra deinen Controller laden, dann hast du ihn nicht in der Steckdose, ey. Na ja! Holger, ruh. Ja! Oh, ich hab's schon etwa… Scheiß drauf. H-Wog. H-Wog. Ja! Oh, ich hab's schon in der Fall. Mikrofon aktiviert. Alle auf den alten Mann. Ja besser als der alte Mann auf uns. Ja genau. Das hier ist das übliche. Das ist das richtig? Ist das so? Willst du mal den alten Mann auf dir? Nein! Von Zweideutigkeit her, nice. Anti-Flame-Button? Nee, dann würde der Spiel nicht mehr spielen. Boah. Wow. Echt jetzt? Kill is you, kill is you, kill is you, kill is you. Komm, 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 komm. Schoss im Kopf, Schoss im Kopf, Schoss im Kopf, Schoss im Kopf. Schoss im Kopf. Mk14, will die jemand haben? Nö. Nö. Alter! Echt? Kannst du die Mk14 spielen? Ähm, das ist doch das Ding, diese schwarze... Das schwarze Ding, oder? Ich hab keinen Such. Brauch bei dir, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, wenn ich den nehme wüsse. Oh, die ist sogar ein bisschen Kandale. Bisschen vier Kandale. Geht doch. Nice. Was geht da denn ab? Ich weiß nicht, aber auf den Scheiß hab ich keinen Bock. Hast du noch einen Sucher gefunden, Detro, zum Beispiel? Zum... Zufällig, nein. Zufällig. Zufällig, genau. Das war das Wort. Die Joke. Das ist voll der Weltkrieger, Alter. Hätt fast schon Bock dazu snipen. Ich glaub, sie schießen auf Raketen sogar. Dard. Wow. Sollen wir zu dir kommen, Detro? Ne. Das war einfach nur wow. Ja, ne, klar. Ich dachte, du wolltest da vielleicht weiter looten. Da ist ein Weltkrieg, ich würde da nicht looten. Ich habe da einen Laser und Raketen rausgehört, ey. Pew, pew, pew. Pew, pew. Auto? Georgi Pohl? Ja. Ach, das ist Detro. Gieß mal so. MK14 ist gar nicht so kacke. Ich habe die noch nicht aufgespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dreimal oder so. Adi hat ordentlich Recoil. Exzentsia, hello. Nice, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dreierwürste, ja. Sieht man nicht wie in der Jacke. Was, bist du um die Uhrzeit noch wach? Das ist ja mies. Also, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ist nur ungewöhnlich. Eigentlich ist es ja voll sneaky, so komplett schwarz zu sein, oder nicht? Ich. Ah, hier liegt noch eine Car. Oh, nice. Brauchst du noch irgendwas? Nee, nee. Ich habe nur ein paar. Ich bräuchte eine Aufsätze. Hat mich ja nicht immer gelootet. Oh, wohl diese Ränder. Aufsätze bräuchte ich. Nehme euch mal wieder mit zum Rauchen. Mach das mal nicht, Jenny. Aufsätze. Oh, nee. Habe ich diese Runde selber nicht. Hier liegt noch eine. Ah, what the fuck. Ja, von Neistigkeit her, minus 9000. Hundertprozentig. Ja. Wenn ich jetzt noch am Leben wäre. Ja, Matsch, was war da los? Weiß es nicht. Will nicht drüber reden. Vielleicht wird der Ausdruck nochmal erzählen. Mikro ist unaktiviert. Ja. Anscheinend auch nicht. Nee, das war ich. Achso, Entschuldigung. Gut, eigentlich schon lieber gerne wieder in die Stadt. Muss ich sagen. Ja, ist doch jetzt alles gelootet, oder? Bist du hin? Bist du ein Party? Und dann kommt bestimmt wieder ein Drop. Und dann kommt bestimmt wieder ein Drop. Boah, ich bin so behindert. Ich werde farb auf sich stehen. Jupp. Wollt ihr mit? Ja, ja, auf jeden Fall. Warte. Lenkt, wie die Reifen sich hier bewegen. Alter, geil. Vielleicht war ich am Schuss so durch die Franchise. Hallo, wer bist du denn? Na? Hi. Hast du Facebook? Ich wollte doch Party. Jo. Oh, Bombenzone. Ich habe mich hart geklappt. Hallo? Falls ihr aufsteigen wollt, das ist jetzt eure letzte Chance. Also jetzt aufzuspielen. Anhalt, wenn ich endlich hübsen werde. Ja, was ist denn? Wo ist denn du auf den Hotel gekommen? Wow, wirklich? Er ist schon gelootet. Ok. Leute, ich hab einen mit sie mehr. Ok. Wo sind die dann hingegangen, die den gelooteten haben? Ja, gute Frage, ich gucke auch gerade. Das müssen wir gleich richtige Sandwich stellen. Von allen Seiten her. Ja. Oh Scheiße, wo sind denn hin? Da in den Tower? Oder da aus 6075 vom Schüssel? Denk glaube ich nämlich schon eher. Oi oi! Da die Schüsse auf, ne? Oh ne, die Schüsse weg, loi. Hm. Dann gehen wir die anderen 6075. Ja. Jones! Ja? 6075. Ja, ja, ich guck mal hier. Achso. Wenn du Sucher findest, bring mit. Leider nicht. Hehehehe. Ich hab selber nicht mal einen Rotpunkt oder einen Holo. Ja, Rotpunkt hab ich. Das ist für Smiley. JTV. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Selbst um die Uhrzeit noch. Nice. Freu ich mich. Ach ja. Alles klar bei dir. Naturburschen, ne? Was? Was? Naturburschen? Nee, das ist Naturburschen. Ja, wir laufen hier durch Wälder und so. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Jaaa! 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 Bei den Häusern da hinten? Ja, da kamen die Schüsse weg. Da laufen? Äh, bei... Links vorm Haus, links vorm Haus. Reiter? Links. Reiter links. Ja, da. Ja, wow. Ich brauch von hier nicht schießen. Ja, da. Ja, da. Oh, lol. Der ist free, oder? Hat er was gekillt, oder? Dumm. Und? LOis Ohh, er leidet instiert innen hit? Neein, das sind von da welche bei'mhausen. Der Recoil ist krass, ne? Genau, er lebt noch, stirbt nicht. Das Problem ist, ich kann jetzt leider hier nichts machen, ich habe keinen Sucher und ich sehe einfach nichts, wie ihr seht. Das ist gerade ein bisschen lame. Wollen wir hier gammeln oder pushen? Pushen können wir nicht, freie Fläche. Der ist da auf dem Dach bei dem linken Haar, Sie sehen manchmal da durch die Blätter. Nein, ich habe den da nicht gesehen. Ne? Ja. Auto. Wow, das war knapp, Alter. Da wird noch Auto. Fuck. Wow, Auto. Pass auf, der ist Auto. Pass auf, der ist Auto. Pass auf, der ist links. Die ist hinter dir. Da am Stein, da sind die. Oh ja, da war. Wow. So, jetzt vorm Haus. Waaah. 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 Von wo, Alter? Von gerade aus. Vom Haus da vorne. Jo, danke. Ey, was ist mit den Links? Warum machen die die ganze Zeit nichts? Werden die auch abgeschossen oder was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich kann halt nichts machen. Wow. Ja. Ja. Ach, rechts läuft schon, oder? Ja. 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 wow hier sie kannst du mich holen? ja oh der push von der rechts ja pass auf die sind kräftig wenn das durch geht fand sie besen obwohl die sind gerade abgelenkt weil gerade rechts auf die geschossen wird oh wenn der jetzt hier her guckt der guckt hier her oh der da links pusht auf weg weil wir müssen hier in die zone und die rennen total in die falsche Richtung was verkehrt mit denen wow nein alter krieg weiter krieg weiter die ganze gegenseitig ja ja man hast du noch healing? ja ja erste hilfe koffer geht noch okay von denen sitzen aber auch noch mal wow dein ist ein buggy oh Leute hier sind ausschüsse recht nah auto auto so so wow woher alter von hinten retro die kommen von hinten noch unglaublich unglaublich nice großer rosa oh oh können die hinten noch aufhängen oder na gut letztes match für euch wieder eins ne 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 ich bin jetzt raus dummle die am an also ich mach noch einen mit wenn ihr mit mir sterben wollt ja jetzt mal ne ich nicht die mk4 klingt hart besser so 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 so